Hallo und herzlich willkommen bei Ausflugmama Berlin. Ja, ihr seht, es sieht ein bisschen anders aus hier bei mir als sonst. Ja, wir haben nämlich heute Halloween und möchten mit den Kindern ein bisschen um die Häuser ziehen sozusagen. Wollen gerne Süßigkeiten einsammeln, mit Süßes oder Saures versuchen, ihre Tütchen voll zu bekommen. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß, uns zu begleiten und zu schauen, was wir Schönes erleben heute. Ja, ich wünsche euch das. Ja, ich wünsche euch das. Saures! 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 Fazit zu unserem Halloween-Ausflug. Ja, wir hatten ganz, ganz viel Spaß, beziehungsweise natürlich hatten die Kinder am meisten Spaß. Ja, wir haben eine ganz tolle Stelle gefunden und sind zwischen kleinen Einfamilienhäuschen durch die Gegend gelaufen und haben ganz viele Süßigkeiten abgestaubt sozusagen. Ja, jetzt ist natürlich das Video online, wenn Halloween vorbei ist. Ja, also deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß, im nächsten Jahr diesen tollen Ausflug nachzumachen.